Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder mit einem neuen Video für euch und heute gibt es sozusagen Teil 2 meiner Augenbrauen-Routine oder wie auch immer eines Augenbrauen-Tutorials. Heute möchten wir uns die Augenbrauen zupfen. Es gibt so ein paar Dinge, die man beim Augenbrauen-Zupfen beachten sollte. Vorneweg möchte ich auf jeden Fall sagen, jeder muss mit seinen Augenbrauen einfach zufrieden sein. Denn alles, was ich euch beibringe, ist das aktuelle Schönheitsideal oder das, was man im Moment schön findet. Wenn ihr eure Augenbrauen liebt, so wie die sind, dann go for it, lasst es so. Einfach nur so ein paar Tipps von mir an euch. Ich bin auch keine Make-up-Artist. Ich habe dieses Wissen einfach nur auch von anderen Make-up-Artists gelernt und gebe es einfach gern auch an euch weiter. Falls du meinen Kanal gerade erst kennenlernst und dir mein Content, mein Video hier gefällt, falls ich dir gefalle, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du einmal auf Abonnieren klickst. Und wenn ihr alle ein paar Kommentare unten reinschreibt und dem Video auch ein Like da lasst, dann würdet ihr mich und euch als Community und natürlich auch meinen Kanal sehr supporten. Und wenn ihr jetzt sehen wollt, wie ihr eure Augenbrauen am optimalsten zupft, dann würde ich sagen, bleibt jetzt dran. So, dann starten wir doch wie immer direkt drauf los. Ich habe euch heute direkt von Anfang an ganz nah rangeholt, damit ihr alles seht, was in meinem Gesicht, vor allem an meinen Augenbrauen so los ist. Und als erstes, genau, habe ich meine Augenbrauen gerade gefärbt, um einfach mal zu sehen, in welche Richtung die Sache überhaupt geht. Ich habe ja hier immer noch relativ viele Lücken in meinen Augenbrauen und ich muss immer sehr, sehr viel einfach auch schminken. Ich habe jetzt sehr, sehr lange meine Augenbrauen fast gar nicht, außer hier so ein bisschen in der Mitte und hier so oben. Und was jetzt hier wirklich ganz weit runter gewachsen ist, habe ich sie sehr, sehr lange Zeit überhaupt nicht gezupft. Und jetzt möchte ich einfach dem Ganzen mal wieder so eine schöne Form geben. Und als allererstes ganz, ganz wichtig ist, finde ich, dass man die Augenbrauen immer erst mal so nach oben kämmt, um zu gucken, wie sie einfach aussehen, wenn sie schön sind. Wenn die Augenbrauen nach oben gekämmt sind, sehen sie einfach immer viel, viel schöner aus. Und so schminke ich sie ja dann später auch und deswegen möchte ich immer erst mal gucken, was so los ist. Und dann gibt es einfach so ein paar Punkte, an denen könnt ihr euch orientieren. Ihr habt sowas eventuell auch schon mal auf Social Media gesehen, auf Instagram, auf YouTube. Und ich möchte euch einfach mal ein bisschen detaillierter auch erklären, was so die Punkte sind, an denen ihr euch so orientieren könnt. Und als Tipp habe ich für euch, nehmt euch irgendein Tool, ein Lineal, einen Stift, was auch immer. Ich nehme hier einfach mal einen Pinsel. Der sollte ganz gerade sein, also nicht so abfallen, so wie der jetzt hier zum Beispiel, sondern ganz gerade sein. Und an dem orientiert ihr euch. Und der erste Punkt, den ihr euch nehmen könnt, ist die Nase. Und zwar nehmt ihr euch den Punkt hier an der Nase, also da, wo dieser vordere Gnubbel hier sozusagen endet. Oder wenn ihr euren Nasenflügel hierrandrückt, diesen Punkt, wenn ihr den ganz gerade nach oben geht, da sollte eure Augenbraue beginnen. Alles, was darüber hinausgeht, könnt ihr abnehmen. Und alles, was weiter weg ist, da könnt ihr ein bisschen was zunehmen. Das ist natürlich, und das möchte ich hier ganz klar auch sagen, alles Geschmackssache. Wenn ihr eure Augenbrauen liebt, so wie sie sind, dann go for it, wie ihr sehen könnt. Und meine Augenbrauen sind eigentlich auch ganz gut im Maß. Ich habe jetzt hier ein, zwei Härchen, die gehen so ein bisschen rein. Das stört mich persönlich aber ehrlich gesagt nicht so sehr, weil das einfach hier auch so schön so ein bisschen ausfadet, wenn man so will. Also ich habe hier einfach so einen relativ dicken Teil. Da bin ich auch total happy, dass der so fett ist und schön bewachsen. Der zweite Punkt ist da, wo eure Augenbraue enden soll. Und zwar geht ihr von der Nasenspitze hier vorne, von dem, was hier am untersten quasi ist, nehmt euch wieder euer Lineal oder euer gerades Tool und geht einmal hier vorbei am äußeren Augenwinkel. Und länger sollte eure Augenbraue nicht gehen, ja? Also so und so. Und man kann sehen, bei mir ist das ein kleines bisschen zu lang. Also ich habe hier ein paar Härchen, die sind ein bisschen zu lang. So müsste ich es ja machen. Dann ist es hier eigentlich ein bisschen zu lang. Das heißt, da könnten wir ein bisschen was wegnehmen. Der dritte Punkt ist der oberste Teil, also der höchste Teil eurer Augenbraue. Es gibt hier verschiedene Augenbrauenformen. Es gibt eher so runde Augenbrauen. Ich habe eher so eine kantige Augenbrauenform. Das kann man entweder so zeichnen, wie man es gerne hat oder so machen, wie man es gerne hat oder so machen, wie man es sowieso hat. Und ich mag aber diese Form, die ich eh habe, dieses kantige. Das mag ich einfach ganz gern. Und da nehmt ihr wieder euer Tool und nehmt die Spitze, also einfach den Knochen hier, haltet das ran und durchschneidet einmal, wenn ihr gerade in den Spiegel guckt, euer Auge. Ich mache das hier mal, wenn ich hier gerade ausgucke. Und durchschneide einmal auch das Auge komplett, also die Linse, die Iris. Und dann seht ihr, dass der höchste Punkt meiner Augenbraue hier genau ist. So, und wenn ihr das jetzt, wenn eure Wuchsrichtung einfach anders ist, dann könnt ihr, ne, weil jetzt zum Beispiel anhand eurer Wuchsrichtung euer höchster Punkt eigentlich hier ist, dann könnt ihr den trotzdem auch hier hin malen. Das kann ich euch später auch nochmal zeigen. Also, das sind so diese drei Punkte. Und dann könnt ihr noch die Höhen, also die Höhen sozusagen der Punkte, auch nochmal euch daran fixieren. Und zwar sagt man, dass das Ende der Augenbraue nicht tiefer sein sollte, als der Anfang der Augenbraue. Also, gerade durch mein Gesicht durchschneide, dann müsste meine Augenbraue hier enden. Tut sie aber nicht. Und das ist das, was ich heute auf jeden Fall noch wegnehmen möchte. Jetzt habe ich natürlich meine Augenbrauen gerade gefärbt, aber das macht gar nichts. Ich warte einfach ein paar Tage, bis es wieder weg ist. Aber das möchte ich heute gerne ändern. Und dann sagt man auch, man soll eigentlich so wenig wie Haare wegnehmen, wie es geht. Also, wenn es mir jetzt hier hinten wirklich viel zu lang ist, so wie es mir aktuell ist, dann nehme ich natürlich ein bisschen was weg. Genauso wie wenn ich jetzt hier so eine Monobraue habe und es einfach nicht möchte, dann nehme ich hier ganz viel weg. Aber zum Beispiel hier unten, hier vorne wächst bei den meisten eigentlich wenig, viel zu tief. Und das ist eigentlich auch sehr schön, wenn dieser Teil hier vorne sehr voll ist. Hier hinten, das ist gerade auch total modern, dass das total voll ist. Ich persönlich habe in den 90ern meine Jugend gehabt und da war es total modern, dass man das hier ganz, ganz dünn macht. Und das ist auch das, was ich jetzt hier habe leider. Und das finde ich total schade, weil bei mir wächst halt hier nichts nach. Ja, also wenn ich das jetzt hier mal alles runter mache, so sieht es aus, wenn ich gerade aus dem Bett komme etwa. Ihr könnt hier sehen, dass ich eine riesige Lücke habe. Wenn ich meine Haare alle hochkämme, dann geht es so einigermaßen. Und wenn ich sie schminke, dann geht es natürlich auch. Verändert eure Augenbrauenform, eure natürliche, so wenig wie es geht. Macht es eher mit ein bisschen Make-up oder so. Nehmt nicht zu viel weg. Aber das sind jetzt mal so die Punkte, die ich euch nennen will. Das ist, ich könnte da jetzt Ewigkeiten drüber erzählen und lamentieren. Denn ich möchte euch aber jetzt einfach mal so ein paar Tipps geben. Wenn ihr ein Video zum Augenbrauen färben sehen möchtet, ich habe das hier mit diesem Produkt gemacht. Das ist von Sires. Dafür habe ich ein eigenes Video gemacht, weil ich es einfach ganz schön finde. Wenn ihr es einfach auch ein eigenes Video bekommt, verlinke ich euch auch mal unten. Sowohl das Video als auch das Produkt. Und an Tools für die Augenbrauen gibt es wirklich unendlich viele, mehr oder weniger. Ich möchte euch hier mal ein paar von Tweezermin zeigen, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Zum einen eine Pinzette, die ich total gerne verwende. Das ist diese hier. Die ist zum einen ein sehr süßes Design. Aber die ist wirklich super toll. Denn mit der könnt ihr sehr präzise arbeiten. Ich hoffe, dass man das hier ganz gut erkennen kann. Ich mache es mal, dass es gut fokussiert. Die ist so ein bisschen abgeschrägt und die ist flach, sodass man auch mehrere Haare greifen kann. Aber auch trotzdem so ein bisschen zugespitzt, abgeschrägt, sodass man eben auch detailliert arbeiten kann. Dann gibt es hier auch solche ganz detaillierten Pinzetten. Mit denen könnt ihr wirklich Mini-Härchen auch ziehen. Mit denen könnt ihr bis an die Wurzel kommen. Also das ist wirklich Point Tweezer. Genau so heißt die auch. Also damit könnt ihr wirklich auch die kleinsten Härchen wirklich erreichen. Das kann ich euch auch empfehlen. Und dann gibt es hier auch noch so ein Set. Das finde ich auch ganz schön. Das werde ich euch auch mal unten verlinken. Brow Shaping Scissors and Brush. Falls euch eure Haare wirklich sehr, sehr lang sind. Das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. Dann könnt ihr die oben einfach auch ein bisschen abschneiden. Ich habe hier auch so ein paar Ausreißer, die ab und zu einfach mal wirklich machen, was sie wollen. Das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. Hier ist nochmal diese ganz detaillierte Spitze Pinzette. Also da muss man echt sogar ein bisschen aufpassen. Was auch sehr schön ist, ihr habt hier immer auch noch so ein kleines Nupsi zum drauf machen. Was ich euch auch noch zeigen wollte, ist so eine Schere. Die ist auch ganz praktisch, denn mit der könnt ihr einmal eure Haare einfach wirklich sehr gut so durchkämmen. Und dann den Überschuss einfach abschneiden. Ich muss aber ehrlich sagen, ich tue mich damit ein bisschen schwer. Die habe ich mal relativ günstig irgendwo geschossen, aber ich werde sie euch auch mal unten verlinken. Oder so eine ähnliche. Und genau, dieses Set hier mit der Schere und den Bürstchen ist auch super praktisch. Ihr könnt einfach, diese Bürstchen könnt ihr auch einfach so ein bisschen biegen. Je nachdem, wie ihr das gerne habt. Die Produkte von Tweezerman, die Tools von Tweezerman haben wirklich einfach eine super Qualität. Die sind nicht günstig. Aber wenn ich die Schere auch einfach anfasse oder benutze, im Gegensatz zu der hier, die ist einfach so sehr wabbelig. Und die hat einfach einen ganz anderen Griff. Fühlt sich ganz anders an. Und das ist, ja, also ganz anders einfach. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ein weiteres Tool, was ich auch noch habe, ist dieser Spiegel hier. Ich glaube, dieser selbst hier war eine Limited Edition. Aber ihr könnt auch noch andere Spiegel kaufen. Und zwar ist es ein Fünffachvergrößerungsspiegel. Der ist wirklich perfekt zum Augenbrauen stupzen und machen. Und den könnt ihr einfach perfekt wirklich an euren Spiegel im Bart machen. Wie auch immer, wenn ihr das eben möchtet, könnt ihr einfach hier so ein bisschen ausfahren. Und damit könnt ihr dann wirklich einfach auch jedes Mini noch so kleine Härchen erkennen. Und ich komme jetzt einfach mal ganz nah ran, damit ihr auch sehen könnt, was ich mache. Und ich fange meistens tatsächlich auch in der Mitte an. Und dann nehme ich mir die Pinzette so, dass ich dieses abgeschrägte Ende so eben einfach in Richtung meiner Haut habe. Und dann fange ich einfach an, meine Härchen rauszuziehen. Und ich ziehe die meistens nicht so raus, weil mir das ehrlich gesagt zu der Weh tut. Sondern ich ziehe das immer so ein bisschen an der Haut entlang. Da muss jeder wahrscheinlich auch so ein bisschen für sich selber schauen, was für ihn die beste Alternative ist. Naja, was ihm am besten gefällt. Ich glaube, das ist so ein bisschen individuell. Und dann schaue ich einfach nach oben und nach unten, was hier so Ausreißer sind. Seht ihr das? Also hier habe ich zum Beispiel einfach so kleine Härchen. Denn ich möchte die da nicht haben. Falls es euch zu sehr wehtut, falls ihr euch da noch nicht dran gewöhnt habt, dann kann ich euch empfehlen, vorher ein bisschen Eis auf die Stelle zu machen. Dann ist die Haut so ein bisschen wie betäubt. Und dann seid ihr einfach nicht mehr so mega empfindlich an der Stelle. Und ich muss ehrlich sein, dieser Spiegel, ich benutze ihn jetzt das erste Mal, ist wirklich gut. Und genau, dann gehe ich einfach an die erste Augenbraue, kämme immer wieder zwischendurch einmal die Härchen, so wie ich sie später eh haben möchte. Und jetzt sehe ich hier zum Beispiel, dass hier einfach so ein großer Wust relativ weit nach unten wächst. Eigentlich stört mich das im Normalen nicht so sehr. Aber jetzt, wo ich das sehr nah sehe, werde ich trotzdem hier einfach mal so ein paar Härchen wegnehmen. Und es gibt auch noch so spezielle Tipps, die Make-up-Artists dann noch machen, einfach wirklich zwei, drei, vier Härchen wegzunehmen, um bestimmte Gesichtsformen zu erreichen. Und dann gehe ich einfach, je nach Lust und Laune, entweder ich gehe wirklich und scanne quasi oben und unten gleichzeitig ab, oder ich gehe erst oben lang, erst unten und dann unten lang oder andersrum und gucke einfach, was da wirklich ausbricht. Hier sehe ich zum Beispiel, wenn ich oben lang gehe, das sehe ich auch immer, wenn ich mich schminke, dass hier einfach oberhalb dieser Geraden einfach hier noch so ein Büschel von Haaren ist, falls ihr das erkennt. Und wenn ich mich schminke, vor allem wenn ich ein gefärbtes Gel oder Wachs oder sowas nehme, dann erwische ich immer die Haare hier oben mit. Und die nehme ich jetzt deswegen einmal weg, weil das sieht dann immer doof aus, finde ich, wenn ich die mit färbe, weil dann sieht es immer so aus, als hätte ich mich da oben vermalt. Und das wollen wir nicht. Genau. Und dann nehme ich einfach wirklich die Härchen hier so weg. Ihr könnt vielleicht auch erkennen, dass ich auch manche Haare habe, die relativ kurz sind. Das liegt daran, dass ich mich vor nicht allzu langer Zeit mein Gesicht auch rasiert habe. Genau. Und dass jetzt natürlich die Haare dann auch einfach ein bisschen nachgewachsen sind. Ich habe jetzt hier auch schon ein bisschen gestutzt, einfach meine Haare ein bisschen abgeschnitten. Und das wollen wir jetzt auf der Seite hier auch machen. Hierfür käme ich mir meine Haare wirklich richtig krass nach oben. Also ihr könnt es sehen, ich gehe richtig fett da rein und käme mir meine Haare einmal so richtig fett nach oben. Und eigentlich mag ich das, wenn die so buschig sind. Also nicht nur eigentlich, ich mag das, wenn die so buschig sind. Aber die sollen schon auch ein bisschen gleichmäßig sein. Und jetzt gehe ich einfach mit dieser Schere hier hin. Ich kann die natürlich auch nicht so schön halten, wie das jetzt ein Friseur machen würde. Ich halte jetzt einfach so wie so eine normale Bastelschere. Und das Schöne ist, dass die eben so geknickt ist. Und ich setze sie jetzt einfach mit diesem, wo das Geknickte so nach oben geht, einfach so nach oben quasi auch an. Und dann schneide ich mir einfach vorsichtig ein bisschen was weg. Immer erst mal mit wenig anfangen. Nochmal durchkämmen. Schaut euch das immer erst mal im geschminkten Zustand an. Und nehmt dann lieber später nochmal was weg, bevor ihr euch ärgert, dass ihr euch zu viel weggenommen habt. Denn ja, es wäre einfach schade, wenn ihr euch wirklich allzu viel wegnehmt. Und hier hinten ist mein Tipp auch, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr einfach hier so schöne lange Haare habt. Denn vielleicht habt ihr auch gesehen, dass ich einfach wirklich sehr, sehr schön lange Augenbrauen habe. Das liegt übrigens daran, dass ich jeden Tag Rezimusöl verwende. Und die wachsen halt hier relativ lang runter. Und da werde ich das jetzt einfach auch machen, dass ich hier einfach ein Stück hinten abschneide. Und dadurch wird es natürlich auch nochmal ein Stückchen kürzer hinten. Aber wenn ich die Wurzel erstmal entfernt habe, dann, wie wir sehen, fällt das Nachwachsen unter Umständen ein bisschen schwerer. Und jetzt haben wir doch eine wunderschön getrimmte Augenbraue. Ich muss ehrlich sagen, ich mag das Ergebnis gerade ganz gern. Ich habe mich jetzt entschieden, das Schminken nochmal auch auf ein anderes Video zu verschieben. Denn es würde einfach, glaube ich, das Video hier ein wenig sprengen. Aber ich hoffe sehr, dass euch das helfen konnte. So, und jetzt sind wir auch schon fertig mit unserer Augenbrauen und kompletten Make-up-Routine. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin mega zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe jetzt hier hinten, weil ich meine Augenbrauen, ja wie gesagt, gefärbt habe. Und sie gefärbt habe, bevor ich sie gezupft habe. Die vielleicht andersrum machen sollen. Es ist mir hier hinten eigentlich ein klein wenig zu lang geworden. Also ihr müsst es euch quasi so vorstellen. Vielleicht werde ich auch nochmal ein bisschen was abnehmen. Aber das werde ich irgendwann anders nochmal entscheiden. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin so happy gerade damit. Es ging so schnell in der Routine. Und ich werde euch auch auf jeden Fall demnächst noch ein Video zeigen, wo ich euch dann auch die Schritte erkläre, wie ihr eure Augenbrauen gut schminken könnt. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da auch wieder reinschaut. Und ich hoffe sehr, dass euch das Tutorial etwas gebracht hat. Falls noch mehr Fragen auch während des Videos vielleicht aufgekommen sind, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr sie einmal unten in die Kommentare schreibt. Und ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall wieder ganz, ganz doll fürs treue Zuschauen bis hierhin. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video ein paar Kommentare da lasst. Wenn ihr dem Video auch ein Like da lasst, denn das supportet uns als Community. Euch und natürlich auch meinen Kanal und mich. Und wenn ihr möchtet, schaut doch gerne nochmal hier in die Playlist, hier in das Video oder hier in meinen Kanal. Da ist vielleicht noch das ein oder andere Video, was ihr noch nicht gesehen habt. Hinterlasst auch gerne eure Fußspuren. Das würde mich wahnsinnig freuen. Und ansonsten freue ich mich natürlich jetzt auch schon wieder ganz doll aufs nächste Video mit euch. Und bis dahin sage ich erstmal bis bald. Bye, bye.